Ich sag immer noch Bergmann, Alter. Warum? Wegen der Brahmschen-Regel? Ähm, ich hab ja gerade geschossen, ne? Einfach so mal in die Luft. Und die Brahmsche Theorie, denn ich hab ja bei PizzaMeet TTT geschaut, ist... Du bist eh nur... bist du doof? Alter, es ist doch einfach... wir machen doch noch nix. Scheißegal. Wie du immer ausrastst, dann so... Was, du hast das ganze Spiel gestehen? Nein, wir sind nicht... Wir spielen aus dem Spaß, aber du kannst mich einfach töten, obwohl du Inno bist? Alter, ey. Das ist nicht schlimm, aber du. Das sind so wie Leute, die, Alter, irgendwie im Puff gehen und sagen, warum mach ich keine Rollenspiele mehr, Alter? Wo ist Floor 3 hin, Alter? Wo die ganzen Rollenspieler waren. Das ist so, dann kommst du rein und sagst, ich bin der Ward-Op von Cannes, Alter. Und dann rastst du wieder aus, wenn keine Note mitvögeln, ey. Was ist los? Gut, und damit herzlich willkommen zu Trouble in Terroristown. Der großen Revival der alten Truppe. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn's so ist, lass natürlich gerne Bewertung da und ansonsten viel Spaß mit den nachfolgenden Runden. Gute Runde. Also diese Map haben wir noch nie gespielt, oder? Ne, die ist neu. Ne. Warum, wir fährt denn da völlig egoistisch mit dem Fahrstudio Max wieder, ne? Das ist unglaublich. Kann man da drunter sterben, wenn man da steht? Der fährt drunter. Ja. 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 Du magst nicht aus. Ich weiß nicht, wie ich das ausmache, ernsthaft nicht. Ja, du drückst, wenn du Shift drückst, passiert das. Ich weiß, aber ich... Ich bin Traitor. Ich hab direkt das mal falsch gemacht. Ich bin auch Traitor. Ich bin Traitor. Ich war weg, Leute. Mir wird das so bunt hier. Ne. Warum machst du denn jetzt da die ganze Zeit ingame? Hey! Du kannst mir gar nicht befehlen. Du geht nicht aus. Ich würde dich gern abschießen. Weißt du warum? Was machst du denn da? Du steht ernsthaft nicht aus. Du drückst ja G, Shift, Tap. X. X ist das. Hast du mich da abgeschossen? Nein. Ohne Witz, wenn ich sterbe ist, Stigi. Du stirbst aber nicht. Oh! Das hat den Igel runtergeworfen. Tim, bleib weg, oder ich töte dich. Tim, bleib weg. Nein, chill. Stigi schießt, Mann. Ich mach nix. Hör auf! Stigi schießt! Stigi ist es! Stigi... Stigi... Ja, trotzdem. Warum nicht Stigi? Warum schießt Stigi? Also, weil er Traitor ist. Er hat von Anfang an gesagt, er ist Traitor. Was? Und ich hab ihm das geglaubt, weil er das öfters mal sagt, wenn er Traitor ist. Und jetzt hat er mich fast abgeschossen, obwohl ich total friedlich war. Ich tue Stigi. Ich tue Stigi. Ich tue Stigi, wirklich. Wer ist da oben? Ich tue Stigi. 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 Hey! Ich tue Stigi. Mhm. Wo seid ihr denn alle? Ich trau dir nicht. Ich hab ein bisschen den Überblick hier oben. Ich bin so ein K. Okay. Ja, wie geht das? Ich will rein. Zack. Bin ich drin? Doch. Doch, ihr ist jetzt hinten drin. Ja, das ist schon. Was geht denn hier hin? Alter, was machen die denn? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Der hat uns jemand gerade abgeschossen. Das ist ja klar. Ich hab nur Sitz in der P. Du musst aufpassen. Warte, warte. Wo seid ihr denn? Wer schießt denn wo? Hier ist doch bestimmt, weil es Berge sind. Da ist noch ein K. Warte, hier hoch. Bestimmt. Hier oben steht auch bestimmt einer. Wie kann ich denn... Wer ist da oben auf dem Dach? Wer ist da oben auf dem Dach? Sobald ich so jemanden hier finde. Wer ist da oben auf dem Dach? Echt? Was ist da hinten? Oder ist Tobi? Kann ich mich selber mit diesem Kart hier umbringen? Was machst du da? Was machst du da? Völlig bin ich Detective. Echt? Okay. Warum hier ist eine Leiche? Was ist mit Tobi eigentlich hier los? Ich stehe bei Stoße. Stegi wurde ermordet? Ja. Hä? Aber Stegi war innocent. Tim hat doch die ganze Zeit davon gelabert, dass Stegi... Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihn umgebracht. Und warum? Ja, weil Tim gesagt hat, er ist Traitor. Ja das... Okay. Bisschen da? Bisschen wenig, ne? Für einen Mord. Warum, Alter? Er hat Tim runtergekloppt bis auf keine Leben. Okay, wer kommt da? Okay, Tobi. Aber ich bin bei dir. Kann man mit dem Auto runterfahren? Wo lungern denn jetzt hier Tim und Stürmer für rum? Das ist doch... Ich bin vor der Tür direkt mit einer Karre. Oh Gott! Und Max? Ja bitte? Du lebst auch noch. Ich lebe noch, ja. Und du machst hier einen auf... Was machst du schon auf? Ich drive ein bisschen mit meiner neuen Karre hier rum. Okay. Ich auch. Muss mal Shift drücken, Max. Oh. Hm. Die Rage verlieren vollends, Alter. Dann wirst du schneller. Okay. Oh Gott. Und kannst auch driften. Boah, Alter. Was ist hier los? Okay. Alles normal. Was geht denn hier noch? Alter, die Map ist ja riesig. Okay. Oh. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Was ist denn da los? So. Tobi, was ist mit dir los? Du solltest vielleicht eine Waffe in die Hand nehmen. Was bist du eigentlich? Ja. Das wohl. Mhm. Oh, das lassen wir mal so. Ja, erst mal weiterfahren. Schirmwaffe? Jo. Du bist auch noch da, ja? Jo. Aua. Wurde gerade von Max gecrashed, aber alles easy. Oh, hier liegt eine Leiche. Mhm. Wo? Ja, hier, mitten im Feld. Oh Gott. Ich bin fast tot. Wer ist hier oben? Wer sneakt da so komisch? In irgendeiner Ecke? Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Das ist Tobi. Aber Tobi weiß halt, dass ich besser bin. Ja, das bin ich. Hab ich gerade gesagt. Hab ich gerade gesagt. Wer ist das da? Kessage und Max? Ja? Was bist du? Wie, was bin ich? Bist du... Bist du Traitor oder nicht? Ja, ich bin Inno. Also. Was bist du genau? Herkunft. Hast du mal die beiden Seiten? Was denn? Sturmwaffe? Ne, ich bin gerade nur runtergefallen. Ah, da bin ich auch runtergefallen. Nein, nicht so Klaug. Max, komm mal her. Lass mal... Ich bleib bei dir. Ich bleib auf jeden Fall bei dir. Mir wird das zu bunt hier mit den Leuten. Also die sind alle schon ein bisschen merkwürdig drauf. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja, hast du irgendwie einen Plan? Schwafel? Ja. Wo bist du? Perla. Haben wir nicht irgendwo so einen Lügendetektor oder sowas? Also ich möchte kurz betonen, nur damit das nicht untergeht. Tobi hat gerade gefragt, wo ich bin und kommt wahrscheinlich zu mir, wenn ich gleich tot bin. Ey Tobi ist hier. Tobi ist hier. Tobi ist sowieso ganz merkwürdig drauf. Tobi ist ganz merkwürdig drauf. Wir gehen ganz in den Kreis hier. Ganz merkwürdig. Kann man die nirgendwo mehr rein? Ich trau Tobi ehrlich gesagt auch für diese Kombination. Ey, siehst du? Jajaja. Hä? Tobi? Aber ist doch kein Trailer tot, ne? Tobi? Was denn? Ich seh dich nicht, wa? Willst du auch steigen? Ach Tobi, hast du gerade auf mich geschossen? Kann das sein? Nein. Nein. Was ist denn so für eine Waffe? Oh! Oh! Ja. Wer war's? Ich und Tobi. Max, ganz wichtig. Wenn du beide tot bist, darfst du gar nichts mehr sagen. Ja, das ist so schnell, man. Ja, ich weiß. Aber auch nicht so aus Ärger jetzt irgendwie, ah man, ich wusste es. Sondern du darfst echt nichts mehr sagen. Ah. Hat mich immer abgeschossen? Was war das denn? Was war das denn? Ich hab mich runtergefallen. Okay. Ey, Max, ein bisschen Angst gemacht, er ist einfach mal gut zurückgesteppt. Ja, da liegt die Leiche. Ja, mittlere Maus, dass du draufklicken. Auf die Leiche. Du musst nah genug dran sein. Achso. So, Alter. Ich stecke hier aus, als würde ich grad einen Pool pissen hier. Ne, mittlere Maus, das funktioniert nicht. Ne, du musst... Mittlere. Oder mit E. Ja, sorry, ich hab was mit Mittlere. E. Deswegen sagen sie auch immer auch, eh ihn, eh ihn, Digga, eh ihn. Sind alle da? Digga. Ich bin der Freistaat. E ihn. Gehen die das nicht? Wo was war das früher? So, ESL, Klamoos noch. Eh ihn, Digga, eh ihn. E ihn, Digga, eh ihn. Was? Du hast ganz rund zwei Sturmwaffeln. Lass nachher noch ein paar Haare, eh ihn. Aber dann ist Sturmwaffeln. Oh, Sturmwaffeln schießt. Eh ihn, Digga, eh ihn, Digga. Okay, Alter, ich bin jetzt einfach mal kurz hinter dir. Oh, Traitor. Wenn ich jetzt so mache... Traitor. Okay, Detective. Sturmwaffeln, komm mal her. Ich mag dich so gerne. Komm mal her. Komm mal bitte her. Ich will nicht zu dir. Oh, Pizzi, Sturmwaffeln. Pizzi, ich brauch bloß hier Waffen tanken. Ich hab grad den Konnelgel laden. Ich hab grad den Konnelgel laden. Ich hab grad das probiert. Was, was? Hey, Max wird irgendwie noch nicht direkt, oder? Ja. Bist du da, Sturmwaffeln? Ja, ich bin da. Wo denn? Am Deck. Ich versteh's eh nicht. Okay, ich bin noch... Okay, Bergmann ist gerade kritisch. Bergmanns Zustand ist kritisch. Ey, wie war dich wegen Bergmanns Stuhl vorbei? Fühlt sich jetzt komisch an wie oben schließt. Ich mach Probeschüsse. Also, wenn du so fragst, schon. Ey, 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 besser. Warum werd ich gestuhlt? Was soll ich scheiße machen? Digga, machst du das, ja? Drück dem einfach den Stuhl in den Nacken. Er drückt mehr... Die sind noch unter einer Decke, Alter. Du wirst auch bezahlen. Ich seh jetzt erst, dass das Schiff My Lady Lisa heißt. Spüro, machst du das, ja? Ich hab doch den Stand da vorher nicht. Ich mag das. Der ist komisch, ne? Das ist der Film doch aufgefallen. Richtig cool, muss ich sagen. Sogar sogar Magic Raft da oben seh ich. Und der snipet so ein bisschen. Obwohl er keine Sniper anhand hat. Ich guck mal, die Häuser da hinten. Digga, was los ist, Max ist Regenaufgrabbein. Das sind echt Häuser. Ja, die sind merkwürdig. Ich verlange seinen Absicht oder ich setze dich hin. Warte mal. Die kenn ich. Warte mal, ob wir live hier. Komm mal jetzt. Oh, da schießt jemand. Oh, was ist los? Bergmann ist so Trader, Leute, Alter. Das war wieder die Theorie, Alter. Ich schieß, Alter. Und dann wird direkt... Iggy, man zieht's. Iggy, man zieht's. Iggy, man zieht's. Alter, ich hör hier gerade so richtig geile Lounge-Mucke mit nem Schiff. Ey, wer ist hier? Da ist dein Bruder. Der Bruder ist auch da? Okay, das ist ein überraschender Zufall. Okay, wir haben den beiden, oder was? Stimmt, wer hat das in der Pfingsterschule zu? Als hier sind zwei, drei Leute getrunken. Ja, das war ja halt. Oh, hier liegt ne Gamecube, Alter. Was ist da los? Ich dachte, hier liegt ne Leiche. Das ist interessant. Da ist Glas zerschossen worden. Hier ist Sturmi. Ich nehm mal an, oben ist Geschießerei. Guck mal. Kann man eigentlich im Pool ertrinken? Ja. Ähm, ja, kannst du? Doch, ich glaub schon. Magic ist bei mir Magic. Hat man ne Anzeige? Dummi, warum machst du das? Nein, die kannst du doch nicht. Den Kopf. Patrouliere. Ja, also ich bück mich gerade. Magic Graph ist hier. Und hier ist auch. Da stimmt ne Leiche im Pool. Doch, ich krieg Damage. Echt? Was hast du denn gemacht? Bist du ertrunken? Ja, da ist doch eine Regelblutung hier im Pool gehabt. Vor allem, vor allem blute ich einfach wenn ich ertrinken. Du Arme. Ja, wo seid denn ja, ne? Erstmal Blut spucken, wenn Wald zu viel war. Aber wir machen nen Challenge. Wer länger im Pool hat, hat gewonnen. 3, 2, 1, los. Aber ich hab nur 6 HP, das ist eigentlich ungefähr. Mario Mucke, wo? Ne, das kenn ich mal. Wer steigt denn hier an? Das kann doch nur ein Trailer sein, Stürmer für. Oh, Stürmer für schießt! Oh, 1, 30, 4, 16! Stürmer für schießt! Stürmer für schießt! Ich hab 1 HP! Nee! Wer ist denn hier gerade gestorben? Wer ist denn hier gerade gestorben? Wer ist denn hier gerade gestorben? Aua. Ist hier gerade irgendwo ne Leiche, oder? Wer hupt denn hier? Wer hupt denn hier, Alter? Wer hupt denn da, Alter? Was ist denn da los? Wie soll ich 71? Wir machen den Weg da vorne jetzt! Wo sind wir hier? In der Karibik, Robert! Max rennen wir im Schluss. Merk mal noch am Leben. Aua! Max macht mir Schaden damit. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Der Bergmann noch am Leben? Oh! So, Leute, der Sturm will hier hin. Irgendjemand hat Bergmann ermordet. Ich hab das Horn getutet. Ihr wisst alle, wo ich war. Spring and Cheese. Hast du das Horn getutet? Das Horn getutet? Ich hab getutet. Ja? Ich geh jetzt selber drauf rein. Warte. Okay, ganz kurz. Was ist eigentlich mit Magic? Nur mal ganz kurz. Warum hat er so viel Damage? Ich bin hier gerade eben runtergefallen von da. Du bist jetzt hingekommen mit der Leiche? Mit der HP erzählen wir doch nichts. Ja, ich war oben in der Leiche. In Pooling ne Leiche? Wisst ihr das? Also Magic ist mir jetzt egal. Ich sag Magic und Stegi. Ich sag Magic und Stegi, Alter. Max, auf wen schießt du? Hä? Wieso schießt du, Max? Max? Magic schießt doch gar nicht. Hä? Max ist böse, oder? Ich hab noch 26 HP hier. Ich hätte Max locker umlegen können, wenn er auf Magic schießt. Hä? Ich bin hier Selbstmord. Ich sag mal, es sind Stegi und Lizaric. Hast du nicht eben jemand gesagt? Aber Bergy ist auch immer noch am Leben anscheinend. Bergy ist doch tot. Stegi hat übrigens die Waffe, die Tim umgebracht hat. Hä? Ja, alles klar. Max, das musst du entscheiden, ob Stegi schussfrei ist oder nicht. Vogelfrei. Äh. Stegi hat die Mordwaffe von Tim. Hä? Das ist ein eindeutiges Indiz. Also ich würd schon sagen, wir geben Feuer und Vereine. Wie viele Augs liegen die auf dieser Map rum? Kann nicht so viele. Nicht so viele. Kann klar. Feuer, Feuer, Feuer. Wer guckt mich da an? Ich bin jetzt. Wo ist Stegi? Achso, okay. Ich hätte die ganze Zeit... Ich hätte die ganze Zeit töten können, Leute. Du bleibst da, Tobi. Danke. Was ist jetzt, Max? Du musst jetzt mal einen Plan machen. Ich sag doch, Stegi ist frei. Schieß. Achso, okay. Dann schieß ich Stegi. Nein. Doch. Ich wehr mich. Ich möcht mich immer nicht wehren. Ich sag immer noch Bergmann, Alter. Wegen der Bramschen Regel. Ähm. Ich hab ja gerade geschossen, ne? Einfach so mal in die Luft. Und die Bramsche Theorie, denn ich hab ja bei Pete's Meat TCT geschaut, ist, dass der, der fragt, warum jemand schießt, immer Traitor ist. Und Tim hat gerade nachgefragt. Und deswegen kann ich dir sagen, dass Tim unter anderem schon Traitor ist. Okay. Was hab ich gefragt? Und dass die gute Bramsche Theorie geht immer auf. Was habe ich gefragt? Die geht immer auf. Von daher. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist in der Situation auch. Okay, okay, okay. Bege, ganz kurz. Bege, ganz kurz. Ja, ja, ja. Dann komm kurz zur Brücke. Dann komm, lass uns hier oben treffen. Da schießt doch schon wieder jemand. Guck an. Da snipet jemand. Was ist da unten los? Dobi, was machst du da? Mach ihr Party? Es sind überall Schüsse, Leute. Sturmwuffle, weißt du, es wird mir ein Vergnügen sein, wenn du gleich nach der Runde merkst, dass ich kein Traitor bin und deine ganze scheiß Bramsche Regel einfach komplett destroyed ist. Was eher dafür sprechen würde, dass vielleicht auch Sturmwuffle der Traitor ist, liebe Freunde. Der nämlich die ganze Zeit hier schon rum snipet. Sorry, ich tanze hier. Aber ganz brav. Ich tanze hier und neben mir steht... Oh, Tobi, 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 Tobi! Es ist Tobi, 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 Tobi! Aua. Tobi also, okay. Da unten ist der Detektiv. Okay, Max, ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ich werde jetzt einfach mal aufgrund der Tatsache, dass noch kein Traitor entdeckt worden ist. Okay, Tobi, 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 Tobi. Ich gehe hin. Traitor. Und stehe. Wir müssen ihn hin. Okay, alles gut. Leider keine Waffe. Woran sieht man jetzt? Was bergt man hier? War ich schon alles irgendwie nicht. Das steht da oben jetzt. Ne, steht da nicht. Achso, doch. Ja, okay, alles klar. Okay, okay, okay. Okay, Stegi, alles klar. Och, Mann, Tobi. Sturmwaffe. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, war ich Laura. Ja, du Basis. Wenn euch die Folge TTT gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr jetzt noch andere TTT-Folgen sehen wollt, dann schaut mal hier in die Endcard. Da gibt's noch drei geile Folgen. Die sind sehr, sehr geil. Und ja, falls ihr erkannt habt, dass ich nicht der Bergmann bin, dann seid ihr klug. K-U-L-K. K-U-L-K. Ihr seid so klug. Klug, 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 klug. Tschüss.